Ihr Teamkollege Marcel Nuyen wird an dem Ringenturm. So oder so, es gibt ein sehr spannendes Final, weil der allerletzte Turner im Finale ist der Oleg Werniajew, der Olympiasieger Ambaran, wo Ambaran zum Einsatz kommt. Der kann alles umkehren, was bis zu dem Zeitpunkt geschmeißt. Kimbui. Sprungweil gerät im zweiten Durchgang. Der 1 hier. 1,95 war damals in der Noten. Bereit hat sich angemeldet. Jetzt geht es ab, 25 Meter Anlauf, dann kommt das Sprungbrett, zeigt den Überschlagsalter vorwärts gestreckt, mit halbem Dreh drückt sich, höher ab wie noch in der Qualifikation, aber auch der Schritt nach hinten ist dann auch nicht höher, sondern grösser gewesen. Also es ist dann doch ein halber Punkt, der da weggeht, dem recht grossen Ausfallschritt. Technisch, aber besser gesprungen. Bück da recht stark weg von der gestreckten Körperposition, wie es eigentlich ideal wäre. Wäre eigentlich...